aber kohle ist wohl gut ja da hast du recht kohle ist gut ich verstehe nicht warum früher zu kindergeschichten gesagt wird ja und dann hat er nur kohle bekommen ich so voll geil kann man sich auch gern immer weißt du richtig er braucht krampus die selbstverständlich keine lehrtassen aber lieber kohle ja ich die diesen halt komisch gewesen damals menschen weißt du die die haben einfach keinen respekt generell und auch kein speck und das finde ich ganz schön krass weil wie kommt man heutzutage ohne speck klar das geht gar nicht winter is coming dann müsstest du speck essen richtig was geil an speck ist ja wenn du speck isst du speck an und das ist ein ewiger kreislauf stimmt speck ist unendlich ja das ist die zweite unendliche ressource dat und japaner die kommen aber auch immer wieder zwei atombomben abbekannte das war china oder japan hat zwei atombomben doch nein auf jeden fall eines ja muss verdient sein irgendwas haben die schon ja wir haben aber auch ganz schön krass existiert und so ja finde ich auch wie mache ich jetzt ist mit den hoppern und dem röfen ohne dass es scheiße aussieht okay ich verstehe freut mich helfen ja ich weiß nicht was ich tun kann mir tut mein hals so weh ein knocke deutsche lande deutsche lande hast du zeit zum bauen vielleicht möchtest du es in der hölle machen ich habe angst vor der hölle das war nicht die frage der hat nicht mein kraft so was soll ich da bauen eis eis ok wieviel sinn macht das da tun wir boote drauf er will eisläufer werden weißt du was da du nicht verstehst wovon du redest bin ich sogar so gütig und macht den scheiß selber aber dafür brauche ich dein peck eis könnt ihr kurz hinlegen oder das krank was kannst du haben ich komme dann irgendwann in 100 jahren jetzt noch nicht ich schlafe ich schlafe auch gleich ich bin gleich am bett ich will nicht dass jetzt dinge sporen ich habe das flasche ich habe das flasche ich habe das flasche wie war das mit gleich ich verstehe oh 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 ja es war der krumms ja das war der krumms der krumms ich finde es eigentlich nicht okay aber eigentlich ja schon es wird ober krass ober krass sage ich dir ober 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 ich mache das jetzt so mit den hoppern und dann und dann mache ich da so ganz viel rein und dann wenn ich das so hat und dann weiß schon bescheid ja das stimmt ja nein ja wer das nicht nein sagen auf einmal die equity sich selber herrn schon wer könnte ich ein bisschen pomis zu meiner maio haben du wiederst mich an ist eine mayonaise es gibt leute die fressen man ist einfach so ohne was dazu ja und da gibt es auch normale menschen ja wie hunti der sein pfangenkuchen weißt du was eigentlich will ich gar nicht macht mich nur traurig es ist auch traurig nein okay das war nur ein sand das war ein bisschen mehr sand mehr was gibt es wie mehr am sand find ich aber auch ich auch gott sand ist ja auch nein ich bockste ich vorher doch aber ich mache das ganz telefon schon ich habe alles okay das habe ich ein bisschen gehört ich hasse fliegen ich hoffe die sterben alle elendig dafür sind sie da ich hasse fliegen ganz ehrlich so eine scheiße wer hat erfunden richtig wer kam auf so eine beschissene idee wer dachte sich ja weißt du das ist lustig da habe ich gerne meinen popo stecken ganz ehrlich fliegen zu machen so 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 be okay so be lend so ich würde ich voll interessant siinä ist das bestimmt irgendeine anspielungen was du dich was ich habe keine ahnung an was ich richtig richtig das stimmt sogar immer diese platzprobleme mit fucking ich habe platzprobleme mit fucking nein das so gelaufen es ist eine kiste und kein brett ich habe aber gerade vogel gehört ich hatte mal einen der ist wahrscheinlich ersoffen ich habe keine ahnung wo der ist jetzt habe ich einen gehört kindheitsgeschichte mit schon mehr also in minecraft trotzdem lustig ich hatte mal einen der ist wahrscheinlich ersoffen ich sehe keinen vogel ich habe nur gehört einmal ich habe gehört und dann auf einmal war das der hund machen die machen komische geräusche manchmal aber ich dachte nicht dass es war schon was genau wovon ich rede ich bin nicht verrückt klassische geräusche von wenn auch immer wird überreden ja wir haben doch mal deine schnickschnörflichkeit gesprochen oder versandt ja interessiert mich an einem sandigen ort zu graben ist extrem nervig schon ja du sprichst mit so viel weißheit ich bin ja auch weiß ich weiß ich fühle mich dumm jede sekunde meines lebens fühle ich mich dumm ich weiß nicht warum ich glaube ich glaube das macht sich so aus das war das falsche wort genau ja doch vielleicht aus 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 schon wer aus 11 11 diese fliege warum quält mich diese fliege was habe ich ihr getan außer wahrscheinlich ihre komplette familie vernichtet fackeln sind schön fackeln sind schön steck sie dir rein also die finanzkrise von 1900 nach dem tod ich kann dir nichts über geschichte sagen ich weiß nichts darüber es interessiert mich nicht und es ist mir auch total egal warum kann ich dir jetzt nichts darüber erzählen aber ich verrate dir ein kleines geheimnis es gibt auch nicht so wir haben ja da muss ich hier voll ganz zustimmen und das passiert selten weil ich gerne andere meinen richtig wenn du nicht reden kannst sie ist ich kann ofen meister offen glaubste glaubst du wie redest du mit mir Ofen Ja, ein Ofen Kuba 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 Fliegen Warum Warum tut ihr mir das an? Bist du Lasagne Weiß nicht Weiß nicht Bist du Krasse Lasagne Ich finde die krasseste Lasagne die es jemals gab Du Ich sag nur Also Du weißt gar nicht Wenn du wüsstest Wieso muss das so weh tun Ich will nicht so alt sein Ja 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 so ist es halt so ist es mit den Alten Menschen Die sind halt alle Ekelhaft Ekelhaft Weißt du was noch ekelhaft ist Ähm Sprich Ja Ja Okay War es das? Ja Ja Dann ist gut Ja J erkennt man ihn ding dunk 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 so also ich habe schon so so hier das ist schon mal ganz gut und so das wollte ich noch mal gesagt haben finde ich toll nicht so nicht ich backe mir jetzt kuchen 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 deine mutter hat gerufen es schneiden kuchen backen werden was kacken und wie sein ein spacken finde ich das krass dann ist es so heftig ich mache nämlich jetzt so voll die aber jungle loks ich tue jetzt ganz viele davon verbraten dann muss ich noch mehr fack ich habe auch settings mitte verbratest du die hast du honger du fett sau ja nein wie nicht wird es gibt andere gründe dass es nicht fett sau ist fiktig nein ich verbrate ist denn exp ist cool ich kann sah und beratete richtig die alten römer wussten wie es geht die wussten bescheid dummer meiste ist es eigentlich im falschen ort wenn ich hier das automatisiert ist das doof weil hier bin ich nicht immer es ist hier nicht immer der chunk geladen das ist halt einfach nur dumm ich mache es trotzdem du bist halt auch einfach ein bisschen und extrem geil ich würde sagen alles lief lief nach plan und der plan war scheiße alles schnee alles nur alles schnaft die und ist aber auch einer von den leuten die mann und die ist aber auch einer von den leuten generell ja ich weiß da wird mir da werde ich müde also ich mag den aber auch nicht der hat mal gesagt weißt du hallo guten tag ich hätte ihm die fresse polieren können hast du es nicht gemacht ich wollte nicht dass mein herr dreckig wird ich verstehe ich verstehe ich verstehe es ist eine sehr weise entscheidung gewesen ja ich bin ja weiß ich finde es gut dass das nicht standard antwort darauf ist dass wir irgendwas schlaues gemacht habe ja ich bin ja weiß ich hasse fliegen ach wer nicht wirken für dich schlimmer ja aber die sagen wir leben aus und dann kommst du schatten euch wirken sind alle tot ja das ist ja auch wieder lustig da hast du da hast du war das ist so richtig war hast du da habe ich richtig war richtig war richtig nice manchmal finde ich nicht smart ja 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 nie hei teip ich bin im auto ich habe jetzt noch vier gegend das war cool nein ich mache jetzt was anderes und zwar wie siehst du fange ich gleich an zu kotzen hat es macht spaß da habe ich als kind das war nicht meine geschichte ich habe eine idee kotzen nein ich kann jetzt mein lager vergrößern das war schon vielleicht ist hallo hallo